Das Kind An den Felsen lag Prometheus, geschmiedet. Es kam ein Kind in früher Morgenstunde. Bleibe, Kind, und schau, den Menschenfreund in Eisen geschmiedet für all das Gute, das er getan. Doch das Kind erschrickt von der Größe der Worte, der Augen trotz, huscht mit einem Gebet an Zeus fort zu anmutigen Spielen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Weise und Kinder, sie spielen mit dem, was im Himmel verborgen. An den Felsen lag Prometheus, geschmiedet. Prometheus brachte entgegen den Willen der Götter, den Menschen das Feuer und muß dafür büßen. Es kam ein Kind in früher Morgenstunde. Die frühe Morgenstunde ist auch eine solche der kindlichen Unschuld. Bleibe, Kind, und schau, den Menschenfreund in Eisen geschmiedet für all das Gute, das er getan. Das Gute, das Prometheus den Menschen tat, war, ihnen das Feuer zu bringen. Das kann durchaus als das Erwachen des menschlichen Bewusstseins verstanden werden, das den Menschen über das Tier erhebt und ihn den Göttern eine Stufe näher bringt. Das Kind soll mitfühlend erkennen, wie ungerecht diese Bestrafung ist. Darum wird es von Prometheus angesprochen. Doch das Kind erschrickt von der Größe der Worte, der Augen trotz. Das Kind weiß noch nichts davon, warum das Feuer des Bewusstseins, der Ursprung allen menschlichen Schicksals, etwas Gutes sein soll. Schicksal ist einfach nur etwas Erschreckendes. Huscht mit einem Gebet an Zeus fort zu anmutigen Spielen. Warum nämlich Schicksal, wenn man sein Leben doch auch im Spielen zubringen kann. Und das Gebet an Zeus ist sicher eines darum, daß es so bleibt. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Wir haben hier die allerdings unerfüllbare Sehnsucht nach der schicksalsfreien Unschuld des Kindes. Weise und Kinder, sie spielen mit dem, was im Himmel verborgen. Kinder sind noch vor dem Schicksal, weise darüber hinaus. Im Himmel verborgen ist der tiefere, unaussprechliche Sinn, wohl nicht der von Schicksal. Denn Schicksal ist sinnlos und nur der lächerliche Popanz, den sich der Mensch selbst geschaffen hat, sondern der Sinn, der uns statt Schicksal erfüllen sollte. Auch für Kinder und Weise bleibt diese Art von Sinn unaussprechlich, aber sie fühlen sich darin wie in erfüllendem Spiel geborgen. Aber wer ist schon so weise? Nicht einmal das sprechende Ich dieses Gedichts. Nicht einmal das für unsere Neuver. Nicht einmal das für unsere Neuver muss auch nicht sein können, wie bei der Neuver esse Kindeschaft. Das ist für unsere Neuver, Und der ist sicherlich, dass der Neuver-Leuternationen ist eine Bedeutung, die wir immer noch ein wenig διαvollziehungsvoller estilo. Wie ist unser Leben möglich? Und ein paar Neuver-Leuternationen zu haben? Vielen Dank.